Wir stellen Fragen wie, warum gibt es den Tod überhaupt, warum können wir nicht für immer leben, oder was geschieht nach dem Tod, und was ist wahr in Bezug darauf. Und ich war einer dieser Menschen, der sich darüber gewundert hat, für eine sehr lange Zeit, oder besser gesagt, die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens. Und als ich schließlich meine Gespräche mit Gott hatte, habe ich gefragt, ich habe Gott einfach gefragt, und gab mir eine Auswahl von Antworten, eine lange Liste an Antworten, so lange, dass es ein ganzes Buch erschaffen hat. Und es ist ein Buch, das ich dir wirklich empfehle zu lesen. Ich möchte dir vorschlagen und empfehlen, dass du es liest, wenn du Interesse an diesem Thema Tod und was danach passiert hast, wenn du dasselbe Interesse hast, welches ich in meinem Leben hatte. Das Buch heißt, Zuhause in Gott, über das Leben nach dem Tode. Ich habe meine Nachfurchtung, meine eigenen persönlichen Untersuchung damit begonnen, indem ich Gott einfach gefragt habe, was ist Tod? Was ist eigentlich Tod? Und Gott sagte etwas zu mir, das ich noch nie aus irgendeiner Quelle meines Lebens zuvor gehört hatte. Es war eine wirklich sehr interessante Antwort. Und hier ist das, was Gott sagte. Er sagte, Neil, der Tod ist nahezu ein Prozess der Wiedererkennung. Hast du das jemals zuvor gehört? Ich fand es beeindruckend, so eine Antwort zu hören. Tod ist ein Prozess der Wiedererkennung. Es ist ein Vorgang, in dem wir unsere Identität verändern, von dem, was wir gedacht haben, dass wir es sind oder als das wir uns verstanden haben, so wie sich die meisten Menschen sehen, zu dem, was wir tatsächlich sind, zu unserer wahren Identität. Und eine weitere Frage, die hochkommt, ist, haben wir nur ein Leben in der physischen Welt oder kommen wir mehr als einmal in die physische Welt zurück? Es gibt sehr viele Glaubenssysteme, die sagen, ja, natürlich. Und wir alle kennen auch das Wort dafür, Reinkarnation. Und es gibt eine Menge Menschen, Millionen von Menschen, die an das Konzept von Reinkarnation glauben, das davon ausgeht, dass wir mehr als einmal in die physische Welt zurückkehren. Gespräche mit Gott lehrt uns ebenfalls, dass das wahr ist, dass wir nicht nur einmal in die physische Welt zurückkehren, sondern tatsächlich unzählige Male, viele, 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 viele Male, wahrscheinlich tausende Male, vielleicht millionenfach, tatsächlich endlose Male. Und so lernen wir aus Gesprächen mit Gott, dass das Leben tatsächlich unendlich ist und dass es ein Prozess ist, der sich vom physischen zum nicht-physischen vollzieht. Oder was wir das Spirituelle nennen, wieder zum physischen, zum metaphysischen, zum physischen, zum metaphysischen und immer endlos so weiter. Für immer und ewig und immer weiter. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.